Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu WWM. Heute mit niemand geringerem als LeFloy. Sensation. Wohne schönen guten Abend. Es freut mich, dass du hierhin gekommen bist, dass du den weiten Weg nicht gescheut hast. Vier Stationen habe ich gehört. Mit der U-Bahn oder S-Bahn. Mit der S-Bahn. Und du weißt, auf was du dich eingelassen hast? Nein. WWM. Wer weiß mehr? Ja. Und unser heutiges Thema bist du. Supercool, glaube ich. Bist du vorbereitet? Nein, wie immer oder wie meistens noch gut. Okay, dann hoffen wir mal das Beste für dich. Welche ersten Suchergebnisse oder welches erste Suchergebnis erscheint voll schwul? Nicht bei Google. Nein, verdammt, sagst. Wenn man Floyd eingibt. Eine Züricher Webagentur ist die Lösung A. Ein Rasierwasser ist die Lösung B. Studentisches Fernsehen oder D eine Spinnenart? Die Spinnenart. Die Spinnenart? Ich sag jetzt mal die Spinnenart. Die Spinnenart. Würdest du einloggen? Ja. Also bei den anderen Sachen fände ich, eigentlich wünsche ich mir voll, dass es eine Spinnenart gibt, die Floyd heißt. Das ist halt so ein Spiderman-Touch. Okay. Okay, dann will ich nicht. Ich mag kein Rasierwasser. Dann sage ich, das kommt nicht. Was Rasierwasser ist? Ja. Ich entscheide mich für das Rasierwasser. Aber die will ich, dass es gibt. Ach, die willst du deswegen? Ja. Weil du das willst, willst du es nicht einloggen? Ich hoffe, ich kann mit meinem Wunsch das Universum schnell umfrukturieren. Das heißt, du lockst B ein Rasierwasser ein? Ja. Und du kannst das Universum nicht verändern? Verdammt! Das ist die Spinnenart. Die Spinnenart wäre richtig gewesen. Lösung D. Ja. Okay. Zu. Hm. Ja. So leicht sind die Fragen dann doch nicht. Sie klingen leicht, aber sind es dann doch nicht. Wie lang ist die nächste Frage? Das erste Video, also wie lang ist das erste Video in deinem Hauptkanal? A 7 Minuten 19 Sekunden, B 3,55, C 5,09 oder D 6,10? Ich überlege gerade, ich weiß welches das Video ist. Das ist schon mal... Das ist gut. Hätte ich auch erwartet. Die Frage wäre auch... Ich sage mal 6,10. Ich glaube 7 noch was. Ist eventuell ein bisschen zu lang, fast 8. Ich sage 6 Minuten 10. Okay. Du lockst 6 Minuten. 10 ein D. Ja. Und auch das ist falsch. Boah, was ist es? 5,09. Verdammt! Das erste Video ist 5,09. Worum geht es eigentlich? Boah, krass. Ich kann mich jetzt natürlich auch total in die Nesseln setzen. Aber ich glaube es ist das in den Köpfen von Berlin Video. Okay. Ich bilde mir ein, dass es das ist. Wo ich halt durch die Gegend laufe und Leute belästige und frage. Okay. Du bist direkt beim ersten Video auf volles Risiko gegangen. Ich dreh mal irgendwelche Leute. Ja. Gut. Okay. Das schließt wieder ans Interview an. Ich setze mich in die Nesseln und wenn dann richtig. Jo. Aber bisher habe ich ein bisschen Glück gehabt. Okay. Ich nehme jetzt was Leichtes, damit du auch eine richtige Antwort geben kannst. Okay. Zumindest eine kleine Chance hast. Okay. Okay. Die dritte Frage. Die alles entscheidende. Wird er jetzt den Preis bekommen oder wird er ihn nicht bekommen? Das entscheidet sich jetzt mit der Frage, wie viele Likes hat die LeFloid Facebook-Seite? A 36.000, also heute, wenn wir das Interview führen. Okay. Das wird relativ kurz danach ausgestrahlt. Das kann natürlich differieren. Aber heute an dem Tag, an dem wir das Interview führen. Also gestern war es so, muss man dazu sagen. Gestern Abend. A 36.000, B 32.000, C 41.000 oder D 28.000. Das war B 32? Ja. Dann sind es 32. Du lockst B 32. Und LeFloid ist nicht ganz scheiße. Danke. Eine Frage beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und es gibt natürlich auch einen Preis. Den haben wir hier. Darf ich das Summen oder ist das Copyright? Doch bitte, bitte Summen. Summen darfst du es. Ist das der, was ist das? Rocky. Rocky, Rocky. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz erkannt. Es liegt nicht nur an mir, es liegt glaube ich auch an dir. Es ist schwer. In der Vortragsweise. Hey, willst du sagen, ich kann nicht singen? Ja. Achso. Nein, das ist schon sehr schön. Okay, wunderbar. Ich bin da. Ich bin das. Ich versuche in meinem Spiel��겠습니다. Und ich bin da. Ich bin da. Ich bin das, wasendo. Ich bin da. Ich bin da.